Normalerweise ist gerade hier im Tiergarten am Wochenende schön ruhig. Die Leute genießen die Sonne, lassen den Sommer ausklingen. Aber heute, am Samstag, dem 29. August, ist hier alles anders. Denn es haben sich mehrere tausend Menschen vor dem Brandenburger Tor versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Das sind nicht nur einfache Demonstranten. Da sind Nazis dabei, da sind Reichsbürger dabei, wir haben AfD-Flaggen schon gesehen. Da sammelt sich so alles an, was man unbedingt seinen Frust kundtun will. Auf der anderen Seite, am Bebelplatz, sammeln sich aktuell die Gegendemonstranten. Also, wenn die einen gegen die Corona-Maßnahmen sind, sind die anderen quasi dafür. Aber genau das wollen wir heute einmal rausfinden. Und deswegen gehe ich mit Ihnen heute rein, mitten in die Demonstration zwischen die Nazis und den ganzen Esoterikern und habe mir auch eine passende Maske geholt aus dem Jüdischen Museum, damit ich und Sie vor Corona auf jeden Fall geschützt sind. Auch unser Mikrofon ist ordentlich gewappnet. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Bisschen Angst habe ich ja. . Musik So, für was seid ihr heute hier? Um dich zu unterstützen für Recht und Freiheit. Gegen Spahn, gegen Merkel und gegen die Lügenpresse. Und die Systempresse ist auch dabei. Wir sind die Demokraten. Wir sind das Herz und wir sind die Liebe. Und wir sind die Kraft. Es ist keinerlei Gewalt hier. Meldet es euch der Systempresse. Meldet es. Hier sind keine aggressiven Menschen. Nicht ein einziger. Nehmt bitte eure Kinder auf die Schultern und macht irgendwas mit ihnen, damit ihr nicht langweilig wird. Und bitte lasst euch nicht trennen von ihnen. Wer ist hier? Verrückte Spinner? Oder Menschen, die frei leben wollen? Wer ist hier? Wir sind hier für die Freiheit. Inwiefern? Ja, für das Grundgesetz. Für das Grundgesetz, das für uns gültig ist. Dass wir wieder frei leben dürfen, dass wir frei demonstrieren dürfen, dass wir uns frei bewegen dürfen. Dafür sind wir. Wo wurden Sie eingeschränkt in Ihrer Freiheit? Indem ich eine Maske aufgesetzt gekriegt habe und mich verstecken muss dahinter. Reisefreiheit wurde eingeschränkt. Demonstrationsrecht wurde eingeschränkt. Ja, das sind die Hauptprobleme. Aber das gilt ja alles, um das Coronavirus einzudämmen. Glaubt ihr nicht, dass das Coronavirus zu gefährlich ist? Nein. Nein? Nein. Ich habe Mikrobiologie gelernt. Ich habe eine wissenschaftliche Arbeit über ein Virus geschrieben und weiß ganz genau, was ein Virus ist. Okay. Ich weiß, dass wir durch unsere eigenen Abwehrkräfte, unserer Körper uns gegen dieses Virus wehren können. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Okay. Also Corona biosexiert, aber in Italien und Spanien waren ja bei der ersten Welle die Zahlen doch sehr hoch. Auch die Leute, die gestorben sind. Dort ist es ja sehr stark ausgebrochen. Das könnte natürlich in Deutschland auch passieren, oder? Nein. Warum nicht? Weil wir mittlerweile alle unsere Abwehrkräfte haben. Wir sind schon geschützt dazu. Und das sterben die Leute ja auch nicht mehr. Sie sind doch am Leben. Die Todesfallen gehen doch immer weiter bergab. Und natürlich, wenn ich die doppelte Menge teste, dass ich dann auch die doppelte Menge an positiven Fällen habe. Aber das heißt auch nicht, dass wir krank sind und dass wir sterben. Sie sind extra aus Stuttgart heute nach Berlin gekommen. Warum sind Sie hier? Wir stehen hier für unsere Freiheit, weil man die uns genommen hat. Inwiefern hat man die genommen? Wir dürfen nicht mehr in den Urlaub fahren, wo wir hin konnten. Wir dürfen unsere Meinung nicht mehr sagen. Unsere Kinder müssen Masken tragen. Wir haben Angst, dass sie geimpft werden. Und das wird passieren. Wir haben Angst um unsere Kinder. Okay, aber es ist ja alles eigentlich da, um das Coronavirus einzudämmen. Ja, wer das Märchen glaubt, der soll es weiter glauben. Also Sie glauben nicht an das Virus? Nein, ich glaube nicht dran. Nein, das Virus gibt es. Aber es ist eigentlich nicht so schlimm, wie es gesorgt wird. Warum ist denn eigentlich Berdenken 7.11 genau nach Berlin gekommen und hat nicht die Demonstration in Stuttgart gemacht? Ja, es sind ja überall in ganz Deutschland verschiedene Städten. In Stuttgart und hier in Berlin, dann sind es verschiedene Einzelaktionen, also in anderen Städten. Die sind alle unabhängig im Prinzip von Stuttgart. Aber hier ist die größte sozusagen. Ja, hier ist die größte. Ich bin jetzt auf dem Bahnhof Friedrichstraße und hier oben kann ich die Maske abnehmen, denn die Abstandsregeln können hier wunderbar eingehalten werden. Wo sie indes nicht mehr eingehalten werden, ist hier unten bei der Masse, bei den Protestierenden, die gegen die Corona-Maßnahmen protestieren. Sie sitzen eng bei eng. Ja, was gerade Fakt ist, die Polizei hat den Zug, der eigentlich schon längst losgehen sollte, aufgehalten, weil die Abstände nicht eingehalten wurden. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Leute eigentlich Masken aufsetzen sollen. Aber naja, sie sind ja gegen Masken, deswegen werden sie keine Maske natürlich aufsetzen. Nun ist es spannend. In der nächsten Stunde soll dann von polizeilicher Seite aus entschieden werden, was dort unten passiert. Wir bleiben hier oben mal in Sicherheit. Endlich sind wir angekommen am Bebelplatz. Jetzt hier hat sich die Gegendemonstration versammelt und ich fühle mich auch schon gerade so ein bisschen sicherer. Aber mir persönlich ist wichtiger, gegen die Corona-Verleugnung unterwegs zu sein. Also mich beängstigt es, dass man ein Phänomen, was jetzt die Welt so beeinträchtigt hat, so zu verleugnen, das macht mir richtig Angst. Und deshalb will ich heute auf alle Fälle hier sein und würde mich freuen, aber ich habe jetzt selber kein Plakat, wenn auch Plakate wären gegen die Verleugnung. Sie haben eine SPD-Flagge, Sie setzen hier also ein politisches Zeichen. Warum ist es Ihnen wichtig, heute hier zu sein? Naja, da laufen Nazis mit und versuchen, die aktuelle Krisensituation der Gesellschaft zu missbrauchen für ihre Zwecke und da muss man sich gegen stellen. Also für mich ist das ganz klar. Sind ja da nur Nazis Ihrer Meinung nach, oder? Nee, aber Nazis und deren Mitläufer. Also Leute laufen da mit und sehen reich Kriegsflaggen und stellen sich nicht dagegen. Das ist halt immer so ein Abgrenzungsthema. Aus meiner Sicht eindeutig, dass sie da sozusagen den Nazis zumindest, sag ich mal, den Weg bereiten oder sich nicht deutlich davon abgrenzen und da muss man sich gegenstellen. Die Juso ist auch hier. Warum ist es euch wichtig, heute hier zu sein? Weil wir den Nazis, den Corona-LeugnerInnen und den RassistInnen nicht die Straße überlassen wollen. Wir wollen für die Demokratie einstehen und auch zeigen, dass es eben eine andere Meinung gibt, außer die, die gerade vertreten wird von den Leuten da hinten. Jetzt sieht man ja hier viel Antifa, viele Leute, die jägigen Nazis hier demonstrieren. Klar, Nazis sind dort auch viele mit dabei. Ich mache es mal weg. Aber es ist auch genau wichtig, auch gegen die Corona-Leugner wahrscheinlich auf die Straße zu gehen. Was macht ihr dafür? Wir verbreiten natürlich auch auf den sozialen Medien unsere Meinung und wir versuchen auch gegen diese Corona-LeugnerInnen vorzugehen, indem wir halt Sachen nicht einfach so stehen lassen, gerade im sozialen Raum online. Aber eben auch heute hier mit Leuten, die eine andere Meinung haben, kann man natürlich reden. Aber wir sehen ja gerade, dass die Fronten verhärtet sind. Da hilft tatsächlich nur Präsenz zeigen, aber auch im Bekanntenkreis, klar, zu sagen, wie man steht und vielleicht mal Dinge zu entkräften. Auch Knutschen gegen Recht. Aber Knutschen ist doch gerade nicht so angewandt in der Corona-Krise, oder? Deswegen ja hier mit Maske. Ach, mit Maske knutschen. Das geht. Und trotz auch dem? Naja, halt einfach Liebe zeigen. Und Menschen. Eska, wie wichtig ist es euch heute hier zu sein? Super wichtig. Also, es ist eine Verantwortung, die wir haben. Da laufen auch heute auch nicht nur Nazis mit, sondern auch viele, die Corona-LeugnerInnen. Ja, aber in dem Moment, wo sie neben Nazis laufen, ist es schwierig. 포인 Sekunden haben wir zum Einstidi. Und wir haben das Gefühl, dem Moment, wo sie blockchainisch sind. Ich habe mich am Dienstag kurzfristig entschieden, weil ich denke, wenn der Staat so weitermacht, werden die Gesetze so verschärft, dass vom Volk eigentlich gar kein Widerstand mehr gemacht werden kann, weil die Gesetze so streng sind, dass es gar keine solchen großen Zusammenkünfte mehr geben kann. Mit welchen Gesetzen sprichst du da? Wie machen sich die Gesetze, wie sie es brauchen? Es ist ja nur eine repräsentative Demokratie, machen eigentlich, was sie wollen. Sie sagen, wir sind gewählt, wir dürfen alles mehr und freischalten. Okay, aber in der Demokratie hat man ja immer noch Wahlrecht. Also Schiller hat mal gesagt, die Demokratie ist die Herrschaft der Dummen. Ich glaube nicht an die Demokratie. Und auch die alten Griechen haben schon vor zweieinhalbtausend Jahren entdeckt, dass die Demokratie nicht funktioniert. Auch damals hat man schon erkannt, dass sie sich Wählerstimmen kaufen. Und sie haben kein eigenes Geld, sie nehmen das Geld vom Volk, um sich die Wählerstimmen zu kaufen. Du hast hier gar keine Wahl. Ich kann nicht Nein sagen. Ich kann nur wählen zwischen A, B, C und D. Ich kann nicht Nein sagen, weil ich sage, das ist ein komplett korruptes System, ein kompletter Betrug, Rechtsbetrug. Was wäre das Optimum? Das ist schwierig mit diesen Menschen. Der Mensch ist ziemlich niederlich. Der Christusweg, ja, das wäre der wahre Weg. Aber es gibt so viele kranke Menschen. Sie haben ein komplett römisches System, römische Kirche, römische Gesetze. Und die Römer waren die Perfektionisten des Sklavensystems. Über die Ausweispapiere kannst du erkennen, dass du ein Sklave bist. Capitis de minutio, maxima, minima, media. Und wir sind Kriegsgefangene, wir haben gar keine Rechte. Und Kriegsgefangene können auch nichts besitzen. Und das findest du sogar im BGB, wenn du den Eintrag im Grundbuch hast, oder für deine Immobilie. Das ist nur die Vermutung, dass du der Eigentümer bist. Hier laufen komplette Rechtsbetrügereien. Das ist eine Verarschung nach Verstrich und Faden. Inwiefern sind wir Sklaven? Das sind Kriegsgefangene. Du merkst doch, hier schreien wir haben einen Friedensvertrag. Das impliziert, dass hier Besatzungsrecht gilt. Und das heißt, es sind Kriegsgefangene. Und Kriegsgefangene dürfen versklavt werden. Das ist ein ganz altes Recht. Das ist schon so alt wie die Menschheit. Dass man Kriegsgefangene ausbeutet. Wir sind jetzt ein bisschen abseits der Demonstration im Tiergarten. Ja, wir haben viele neue Eindrücke gesammelt. Ich hoffe, wir konnten Ihnen auch ganz viel zeigen, was hier passiert ist. Es war eigentlich auch sehr spannend zu sehen, für was die Anti-Corona-Demo-Seite ist und für was die Gegen-Anti-Corona-Gegenseite ist. Und zwar, die Gegendemonstrationen richteten sich hauptsächlich gegen Nazis. Und die Anti-Corona-Demo, ja, da waren ja ganz viele Theorien dabei. Auf der einen Seite hat man die Reichsbürger, die unbedingt einen Friedensvertrag haben wollen, weil wir ja alles Kriegsgefangene sind und Deutschland eigentlich eine Firma ist. Und ja, fremd regiert wird und wir sind gar nicht souverän. Dann haben wir die Esoteriker. Für was die standen, habe ich nicht ganz so doll rausbekommen. Die waren einfach Friede, Freude, Eierkuchen, Hippie-Bewegung. Und wir haben auch noch die Corona-Leugner gehabt, die sagen, Corona existiere gar nicht. Und ja, wir Presse, wir lügen sie nur an, indem wir falsche Zahlen auf den Markt geben. Ganz deutlich war bei der Gegendemonstration ja zu hören, dass es sich gegen Nazis richtet, die ja mitlaufen bei der Anti-Corona-Demonstration. Genau diese Frage habe ich auch die Demonstranten von Querdenken gefragt. Leider habe ich keinen vor die Kamera bekommen. Aber was uns gesagt wurde, dass die Nazis und Neonazi-Gruppierungen alle gekauft sind. Die werden bezahlt, dass sie hier mitlaufen. Von wem sie bezahlt werden, wurde uns nicht gesagt. Ja, insgesamt interessanter Eindruck. Was noch interessanter sein wird auf jeden Fall, sind die Corona-Zahlen in 14 Tagen. Wie werden die sich entwickeln? Werden die nach oben schellen? Aufgrund dieser Demonstration wird es dadurch vielleicht auch zu einem zweiten Wirtschafts-Lockdown kommen? Denn dann wird der ein oder andere, der heute hier mitgelaufen ist, wahrscheinlich auch arbeitslos werden. All diese Fragen stehen weiter in meinem Raum. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiter recherchieren, wie das denn so ist, wenn man mit Nazis zusammen auf einer Kundgebung läuft, also mit ihnen nebeneinander läuft. Ist man ihnen dann eigentlich näher, als wenn man gegen sie läuft? Das war es von uns. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.